Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight Alle bis auf der Killer sind ready 23, 30, 24 Na, da sind wir mal gespannt, ob er ready ist Oh, er klickt ready Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, aber okay Er war sich am überlegen Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht Er hat sogar, ähm, ein Offering rausgeschmissen Also läuft, 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 läuft Ich muss mit Clodent noch zwei Leute vom Haken holen Mal schauen, ob ich das hinkrieg Weil ich hab noch ne Daily mit zwei Ja, ich muss noch zwei Leute vom Haken holen Aber Ja, das ist halt diese Sache mit den Ranked Spielen Oh shit, irgendjemand hat ne ganz scheiß Leitung Oh, ernsthaft Och, fick dich doch Oh ja, genau Und dann lauf ich ihm noch genau in die Arme, du scheiß Arsch Ernsthaft Muss das sein Ernsthaft, ich will hier mal ne Aufnahmesession haben, wo ich Nicht direkt aufgefressen werde Weil ist der Keller hundertprozentig Da ist noch ein Haken Hier ist ein Haken Überall Haken Lass mich doch in Ruhe, du blöd Mann Einmal quer übers Feld An 10.000 Haken vorbei Eigentlich machen wir das halt Ich hab da grad jemanden in der Truhe Dingsen hören Gut, die Die Generatoren Äh, Daily hab ich ja schon fertig Von daher Oh, fick dich Ernsthaft Alter, really Ey, die sind doch Die sind doch abgesprochen Warte mal, die waren zu dritt drin Ja, das ist der Keller von denen Hundertprozentig Wenn der mich nur die ganze Zeit jagt Ist das Ist das ein Abgekartetes Spiel hier Ich guck mal Wenn ich mal bei denen jetzt um die Ecke gehe Ob da was passiert Wo war denn hier Hier war doch mal jemand Da ist der Keller Ne, da will ich nicht hin Hier hast du genug Bretter zum zerschlagen Ey, das ist doch Das ist doch bitchy Really, das ist richtig Ach, hier hinten ist einer Da läuft einer Mal gucken, was der macht Der beachtet den gar nicht Wenn das so weitergeht im Spiel Ich werde das bis zum Schluss durchziehen Mich wird sowieso keiner abhängen Weil da kann ich ja schon mal Total getrost drauf verzichten Es kam mir echt vor Als würden die Ist das ein Camper Ist das ein Camper Wer ist Da kann ich auch versuchen zu escapen Mir hilft eh keiner Ach, der hatte mich nur die ganze Zeit aufm Kieker Weil ich das höchste Level hatte Oder was Ich hätte jetzt nicht gedacht Dass jemand kommt und mich rettet Da habe ich erstmal Überhaupt nicht dran gedacht Warte mal, Storm Habe ich schon mal ge... Ich glaube mit der habe ich schon mal gezockt In irgendeinem Match Es sind irgendwie immer die gleichen Leute Die Dead by Daylight zocken Kommt mir zumindest so vor Die Dead by Daylight zocken Die Dead by tissue Die Dead by Daylight zocken Hoffentlich eine Taschenlampe. Das, was man am wenigsten braucht, wenn man als Claudette mit Selfcare oder überhaupt als Typ mit Selfcare, egal wer es ist, rumläuft, ist ein Medikit. Boah, Alter, ist das knapp. Oh, Alter. Boah, ich bin genau an dem vorbeigelaufen, weil ich gedacht hab, der wär schon hinter mir her. Boah, sind hier Heuballen, Alter. Da ist sie wieder, die Scheune. Ich denke aber, da vorne an dem Tor ist doch sicherlich schon jemand, oder? Ja. Ich denke, da vorne an dem Tor gesehen, dass ich eine Platte' verb Accessite' habe. Ich denke, gerade das Wort hat gesagt, ich möchte dir das Wort anschauen, oder? Aber Storm habe ich schon mal in irgendeinem Mess gehabt. Das sagt mir irgendwas. Naja. Juhu, ein First Aid Kit, davon haben wir noch nicht so viel. Ach, die hatten wir da auch schon mal. Ach ja. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die hat mich, ja, das muss ich noch kurz sagen. Die hat mich doch in einer Folge, hat die mich dreimal vom Haken geholt, weil sie Claudette gespielt hat, oder ja. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.